Ja hallo ich bin's wieder der Tumpy, mit einem weiteren Spiel auf meinem Kanal und zwar Days of War. Das Spiel ist in Early Access. Ja und ich wollte eine kleine Runde drehen hier im Multiplayer mit dem Underwater Frank, hallo. Ja, moin moin, moin moin. Ja, wir suchen uns jetzt mal eine schöne Map aus und dann, ja, blende ich wieder ein. So, ja, ich werde mal die Axis nehmen. Ja, bei mir lädt er sich hier tot. Sniper ist natürlich... Du hast die Acht, hier habe ich auch Achse. Ne, Achse kann, Achse, Team ist voll. Ja, da müssen wir gegeneinander zocken. Da müssen wir gegeneinander. So, welche Waffe nehme ich denn? Specialist Shotgun, Sniper, immer Specialist. Da müssen wir nicht mehr. So, gucken wir mal wo wir sind. Ja, wir sind jetzt gemeint auf dem Server, wir müssen gegeneinander oben. Und da ist einer... Nein, 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 nein. Was bin ich? Oh Gott, sonst bist du im Bunker, oh Gott. Sollte ich auch noch den Modus Seeker Destroy geben Sollte ich auch schon wieder gefangen drauf zu Voller Flute in den Modus, sag ich mal Weg ist Schneider geworden Ja, von hinten wahrscheinlich, ne? Einen hab ich Oh, die Waffe gefällt mir aber gut, oh, die M1 Karo, Karo 1 Na komm, einen hab ich ihn schon getroffen Komm, nochmal Oh, fuck, aber einen hab ich noch erwischt Wieder am Strand Wo bist du, Tami? Sorry, dir nicht, Alter Aber cool, dass das Spiel jetzt läuft Sehr schön Endlich ist es raus, das Spiel Oh, mein Gott Boah, Alter Ja, ich würde jetzt noch mal hin Man kann wirklich besser hinlegen, ne? Boah, weggeschnipert, Don Ja, das war ich Arschloch Habst du mich geschnipert, oder was? Ja, ja, ich hab dich an... mit der M1 hier Ah, okay Ist aber keine Sniper Ich hab einfach einen Klimm und Korn Du weißt und wirklich, wo ich bin Ist ganz gut Du Lacke Jetzt stürmen wir hier zur Front Oh, 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 oh Ah, shit Da musst du echt aufpassen, die Deutschen sind überall Hier ist mein Deck Und so einer hier im Graben versteckt sich einer Alles, das gefällt mir richtig gut hier wieder Luger ist keine, ich renn mal vor Das geht so schnell, ne? Ich hab einen Teamkollegen von mir angeschossen und der wunderte sich Wo kommen die Schüsse denn her? Wo? Wer schießt denn hier? Von wo? Von oben könnt ihr auch, oder was? Ja, wir kommen nicht hoch Jawoll Ah, Grafik ist doch heiß, oder? Grafik ist echt super Ich auch, ne? Ja, man muss ja erstmal ein bisschen reinkommen Denkst du jetzt mal ein paar Runden Da lehnen Ja, klar, logo Dann wird man hier auch mit der Steuerung vertraut Und hier ist jetzt am Kopf Und jetzt ist auch Events Äh, 50 gegen 50 Also wirklich so eine 100 Da kann man dann auch dran teilnehmen Bin auch schon sehr gespannt drauf Ah, Mist Oh, ne, meine Maus hing fest Oh, 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 oh Der weiß, wo ich bin Hier knallen die Schüsse rein, da Oben im Bunker ist einer Oh, okay, dann gehen wir rein Oh Gott, da ist noch eine Und wo hat der denn jetzt geschossen? Rauskommen Boah Den Graben Ich hab den getroffen Old Corn Aber schön geil mit der Anvil Engine, ey Ja Ja Ich hab den nicht gekauft Krabbelt jemand gerade Ah, da hängen die Sniper hier in den Ecken Das ist Edson Ich hatte so eine Spawn Camper Da hinten läuft einer Da hinten läuft einer Capshot, Baby Ja, siehst du, haben wir auch mal wieder ein Spiel für uns, wa? Ja Oh, ich bin beim Bunker Das ist jetzt keine So Oh, ich bin doch dein Freund, Junge Volt 19, ey Ja War das was du? Mhm Ich hab mich gemessert, oder was? Ne, ne, das war nicht Ich hab dich getroffen Blutfleck an der Wand, weißt du, und Äh, jetzt hängt hier einer bei mir am Spawn Das weiß ich Hahahaha Oh, fach Oh, die sind schon, die sind schon rausgeschaltet Übrigens, man kann seine Klasse nicht mehr wegwenden, wenn man keine Anvil Engine anfangs ausgesucht hat Da muss man die Klasse auch bis zum Ende durchziehen Ist hier auch gut eigentlich, dass man hier nicht ständig hin und her switchen kann Ja, ich weiß auch nicht, was Ich lose hier voll ab grad Guck grad mal die Tasten durch Man kann auch irgendwie Heilung geben, aber das hat noch nicht funktioniert, glaube ich Granaten Oh Nächst Match in 12 Genau Ich würd sagen, eine Runde nehm ich mal noch mit auf Ja, ich auch Und dann gucken wir mal Mal gucken, dass wir jetzt mal ins gleiche Team gehen Thunder Thunder Bei, bei Regen, okay Ja, ich glaub es gibt jetzt bisher vier oder sechs Karten, ich weiß gar nicht In dem Fall sollen in der Entwicklung beim Early Access noch ein paar Karten dazukommen Haben sie ja auch geschrieben und auch, dass sich die Grafik noch weiter verbessern wird, dass Bugs behoben werden und sowas alles So, dann auf geht's Ja, ich bin da nicht schön Und wie dauert es bei dir immer ein bisschen länger hin Welche Seite hast du genommen? Ja, ja Sag ich dir nicht Ach so, ich will das voll noch zusammenspielen Ach so, ich dachte, wie ich will gegen Sonder Ich bin bei den, ähm, Amis Amis, okay, ich bin auch bei den Amis Da nehme ich jetzt mal die Specialist Waffe, glaube ich Die klingt mir ganz gut So, dann lass mal zusammen losgehen Ich bin schon unterwegs, wo bist du? Joa, gute Frage Ich bin hier Wallonie oder Scherbro Ich bin hier Bei dieser Physiaterie Ich glaub am Spawn bin ich noch Sag mal Bescheid, wenn du wieder spawnst Ich spawn Bei Regen jetzt natürlich Ich bin gespawnt So, bist du? Ja, ich bin hier Äh Da bin ich langgegangen Links bin ich langgegangen Über die Sandsäcke Bist du das da vorne? Wo bist du? Ah, das bist du, ne? Ne, das ist Michael Blazing Über die Sandsäcke rüber Okay Michael Da, Campi, alles klar Moin, Moin Hi So, dann gucken wir mal, wa Dass wir nicht gleich abgeknallt werden Jo Oh, hier ballern sie schon Das haben sie auch gut gemacht, ne? Da kannst du hier richtig schön Ja So, jetzt musst du aufpassen hier Achso, hier ist ne Flagge Hast du die Granate geschmissen? Ja klar Wie machst du das? Ähm, Mausrad nach unten und dann wechselt er Ah ja, das ist eine Smokegranate Granate, so ein Ich hab geschmissen, pass auf, er ändert nicht hin Oh, noch ne Smokegranate hier War geil gemacht Oh, noch ne Smokegranate hier War geil gemacht War geschmissen War geschmissen Ich bin in Deckung gegangen Ja, ich bin tot Hinten, hinter euch Hinter euch Hinter euch Hinter uns? Ich weiß es dir nicht Ich sehe ihn nicht Wo ist er? Aber man muss doch die Map erstmal so ein bisschen kennenlernen, ne? Na klar Ja Wicht der uns? Ich sehe ihn nicht Ja, schon wieder weg Ah, da läuft er Oh, fuck Da waren zwei, drei die von hinten kommen Ja ja Pass auf, wir sind rechts Wenn wir jetzt rechts lang gehen, dann sind die gleich Aufpassen jetzt hier Hier drin Oh, oh oh Die gehen aber schnell da unten, ne? Ich treff den nicht Ich brauch mal Unterstützung hier Oh, wer war der doch? Ah, ist down jetzt, okay Geh mal hier lang Ich bin hinter dir Ich bin hinter dir So, jetzt müssen wir aufpassen Ich geh mal hoch und gucken Hier ist einer Hier sind zwei Leute, drei Leute Pass auf, gleich gleich hoch gehen Wenn du hoch gehst, gleich fallern Jo, ich hab einen Sehr schön Ich versuch die nochmal hinterher zu kommen Die Schlappe Jaja, aber Sprit ist auch Also man da kann nicht beantworten Ich bin hinterher Hat er mich gerieben oder was? Ja, ne, er hat mich schon wieder gekillt Ja, ne, er hat mich schon wieder gekillt Ich bewach die Treppe hier Ja, einen hab ich Sauber Geil gemacht Auch mit den Einfluss, die du den Typen triffst Das hört sich wirklich geil an Oh, jetzt ist hier Hier sind jetzt alles Amis Und wird gecleared hier Sau, hier von rechts kam, glaub ich Da ist er Oh, ich treff ihn nicht Oh, shit, ey Der Downriff Der Downriff Boah, ich hab noch mal Ich hab noch mal So schnell Ich hab noch nicht Guck mal gerade, ob man hier Irgendwie Die Steuerung Switch to Weapon Hier GIF Ammo GIF Help J und H Aber man kann hier Gegenmenü Das SK Aber man kann die Klasse nicht wechseln Ne, ich guck mal bei GIF Ammo Ne, jetzt hab ich die Waffe weggeschwissen J Ah Da hab ich geglaubt Da kann man Supplies Und helfen Da ist ja geil Das ist ja geil Modition und Dings Oh, wir haben gewonnen Wer macht Vince Na Ja, damit verabschiede ich mich Mich, 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 mich Voll aufgeregt Ja, davon werden es auf alle Fälle noch mehr geben Und ja, ich würde mal sagen, Danke Frankie Ja, ich verabschiede mich hiermit auch Alles klar So, dann sehen wir uns im nächsten Video Moin 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 Bis zum nächsten Mal.